Adventskalender Richtig! Und der Luca geht das jetzt holen, denn wir sind echt schon spät dran, ne? So, wir suchen hier mal die 14. Ach ja, heute ist ja Teil Nummer 2 von dem, was ihr entscheiden dürft, morgen. Wenn das Video kommt, in die Kommentare. Machst du mal das große Licht noch an? Ich glaube, das ist ein bisschen dunkel. So, mach das genau so. Oh! Ja, und wir haben wieder einen Knoten. Die letzten zwei gingen ja echt super auf. Jetzt haben wir wieder einen Knoten. Da bricht man sich die Finger. So! Ich hab das hier. Ich muss das hier haben. Genau, wir brauchen nur das. Genau, bei dem Rest bauen wir ja erst dann zusammen, wenn alle entschieden haben, was wir für ein Teil, genau, was wir draufsetzen, welche Bank. Ähm, wie gesagt, denk dran, wir hatten beim, wenn du hier rumfuchtest, leg bitte die Zange hin. Mit der Hand, ja? Also wenn du so machst mit der Hand, dann leg bitte die Zange hin, weil die Zange ist was? Was? Weil die Zange ist was? Richtig. Und nicht so schnell. Genau. Und nicht so schnell. Versteht man das jetzt? Ja, heute ist irgendwie hier der Wurm drin. Du meistest den. Apfel drin. Nee, heute ist der, heute ist der, heute ist der Wurm drin. Ja, eindeutig. Ich hab dir noch richtig, was heißt denn. Da, hier. So. Dann machen wir das jetzt anders. Ich hab dir immer bereit. Jetzt fahr man auf. Oh. Halte Finger gebrochen hier. So, Luca, dann gucken wir mal. Also. Wie gesagt, jetzt kommt die andere, genau, einmal da weg, da weg und da das Ende weg, ne? Okay? Jetzt kommt halt diese andere Halterung zum Draufsetzen. Und erinnert euch mal an letztes Jahr oder guckt mal, vorletztes Jahr war es, ähm, guckt mal da, ob, da welche Bank, wir da hatten und ich muss sagen, auch bei dem Porsche hatten wir diese Bank auch schon. Also, ich fänd's cool, meine Meinung, jeder darf da selber sich äußern zu, dass wir dieses Jahr vielleicht mal eine andere Bank nehmen, anstatt hier, gefriemel, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, sieht's gut aus? Gut, das macht der Papa, aber hier ist es wieder ziemlich dünn. Und da müssen wir halt gucken, ne? Was ist die Seite, ne? Ist das die Seite, ne? Ja. Und die ist doch die Folge, die Folge. Genau. Die Folge heute wird wirklich, wirklich kurz. Die wird wirklich kurz heute, das stimmt. So, 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 das heißt, was ist das? Achso, okay, Müll. Das auch ist Müll, ist auch Müll. Oh, da ist noch was dran. Moment. Hast du nicht richtig, du, ob du flippst? Ne, hab ich nicht gesehen. Ha, 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 ha. So, dann machen wir das jetzt auch da dran. Und so, da ist die Bank. Das ist jetzt quasi das kleine Stück, was wir an dem anderen schon dran haben auch. So, und das wäre dann das Gegenpart. Also, morgen in der Folge werden wir euch beides zusammen zeigen. Und sobald die Folge, äh, sobald die Folge dann draußen ist, in die Kommentare schreiben, ja? Welches Teil ihr dran haben wollt? Schreibt einfach nur 13. Dann wissen wir, das ist die, dieses Teil. Und wenn ihr schreibt 14, nehmen wir das Teil. Ihr entscheidet das. Und dann werden wir das für die nächste Folge berücksichtigen. So, jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Kleinigkeit zu sagen. Genau, ich werde euch mal kurz jetzt hier übergeben an den Luca. Luca, denn das macht der Luca jetzt. So. In 3, 2, 1. Abonnieren. Drückt die Torte, dass ihr euch auch deine Videos mehr verpasst. Genauso sieht es aus. Und wir wünschen euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Euer Luca. Euer Teute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.